So, hallo, heute ist der 24. April, ich wollte euch mal zeigen, wie das aussieht, ich bin jetzt hier ein Hartz IV-Antrag aus, hier habe ich eine Sicherung, ihr habt eigentlich gar nichts, und trotzdem so eine Schwabe, aber das geht ja auch noch dazu, und das auch, sind jetzt ungefähr, so, 20 Blätter, und hier, damit man mal sieht, wie den Hartz IV-Antrag aus aushändigt, das ist ja abgerissen, weil es nicht anders geht, also ich habe das abgerissen, so haben sie es hingetackt, dass das jeder mal sieht, wie man als Hartz IV-Empfänger behandelt wird. Dann, wie soll ich das ausfüllen, ach, jetzt müsste ich das schon wieder abreißen, toll, hier geht es weiter, ah, super, so, jetzt also den ganzen Hartz IV-Antrag auseinanderreißen. Gut 20 Seiten, da was, ihr habt weder irgendwelche Sparguthaben, ihr habt weder irgendwelche Kapitalversicherungen, Rentenversicherungen, Bausparverträge, ihr habt gar nichts, null. Soviel zum Thema soziales Deutschland.